Wochenlang herrschten Trennungsgerüchte um Pietro Lombardi und Laura Maria Reiper, der Sänger tauchte unter. Nun meldet er sich auf Instagram zurück und sorgt für Fragezeichen. Anfang Dezember 2023 entfolgte Laura Maria Reiper, 27, ihrem Verlobten Pietro Lombardi, 31, auf Instagram. Es folgten kryptische Zeilen, die für Trennungsspekulationen sorgten, zu sehr fühlten sich Fans an das On und Off ihres Liebesanfangs erinnert. Der Sänger tauchte in dieser Zeit für mehrere Wochen unter. Auf seinem Instagram-Account herrschte vielsagende Stille. Wenige Tage später teilte Laura Maria eine Aufnahme aus ihrem Haus, die auch Pietro zeigte. Vorbei war es mit den Gerüchten um ein Liebeshaus. Jetzt hat es Pietro selbst geschafft, sich bei seinen zwei Millionen Follower, innen zu Wort zu melden, und erklärt die Gründe für seine Abstinenz, inklusive Stirnrunzelnder Zeilen. Pietro Lombardi zeigt sich glücklich mit Laura Maria, und erklärt Gründe für Pause. Arm in Arm zeigt sich Pietro Lombardi mit Laura Maria Reiper am Donnerstag, 21. Dezember in seiner Instagram-Story. Seine Verlobte strahlt glücklich. Vermutlich war es dem Sänger wichtig, ein Zeichen zu setzen. Dann führt er mehrere Gründe auf, wieso sich der DSDS-Gewinner von 2011 eine vierwöchige Pause auf Instagram nehmen musste. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel um unser neues Haus gekümmert, erklärt Pietro. Darüber hinaus sei er die letzten Jahre nicht mehr so authentisch hier auf Insta gewesen, so Lombardi weiter, und meint, am Ende bin ich kein Gangster, sondern ein ganz normaler, einfacher Mann. Ob er damit auf seine Gefühlslage anspielt, die in den vergangenen Wochen ordentlich aufgewirbelt worden sein dürfte? Laura entfolgte Pietro. Ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Denn die Worte von Laura Maria Anfang Dezember deuteten auf eine Krise hin. Nachdem sie Pietro auf Instagram entfolgt war, schrieb sie, wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund, und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Der Unruhe stiftet? Harte Worte von einer Frau, die sich vor wenigen Monaten erst mit ihrem Partner verlobt hat. Dann führte die Influencerin fort. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es vorerst auch nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen. Zum Schutz meines Sohnes möchte ich das alles nicht an die große Glocke hängen. Was genau sie damit meinte, verrät die 27-Jährige bis jetzt nicht, beteuerte später nur, dass sie sich nie getrennt hätten. Fest steht, Laura und Pietro scheinen sich wieder zusammengerauft zu haben und werden das Weihnachtsfest gemeinsam mit Söhnchen Leano feiern. Dann Ich bin